Hallo zusammen, ich begrüsse euch recht herzlich zu diesem ganz kurzen Tutorial, cooles Portrait leicht gemacht. In wirklich ganz wenigen Schritten wollen wir aus dem Portrait, das ihr hier seht, das ist eine Studioaufnahme, hat ein wenig zu viel Rot drin, stimmt alles mit der Farbe nicht so, aus dem wollen wir etwas relativ cooles machen. Und zwar, wir sehen hier die Hintergrundebene, das Bild einfach mal auf hier, also haben wir die Hintergrundebene. Die Hintergrundebene, die wir zweimal duplizieren. Das können wir auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder packen wir die Hintergrundebene mit der linken Maustaste und ziehen sie hier auf das neue Ebenen-Symbol und lassen eine Maustaste los, dann haben wir eine Kopie dieser Hintergrundebene. Wir können ja Ctrl-J drücken, dann gibt es auch eine Kopie, das ist der Shortcut auf Mac-Command-J. Wir haben jetzt zwei Kopien von dieser Hintergrundebene, Kopie und Kopie 2. Mit der Kopie 2 klicken wir das Auge raus, das heisst, wir sehen sie nicht mehr. Das Bild bleibt natürlich das Gleiche, weil wir jetzt einfach diese Ebene hier sehen. Und da klicken wir einmal in die Ebene, dass sie blau hinterlegt ist, das heisst aktiv ist. Jetzt wollen wir, dass die Ebene schwarz-weiss wird. Das heisst, wir gehen hier oben in die Korrekturebene und klicken einmal in die Korrektur- oder Einstellungsebene schwarz-weiss. Und jetzt ist das Bild schwarz-weiss geworden. Es geht hier der Eigenschaften-Dialog auf. Den könnt ihr offen lassen, wenn ihr einen grossgenunigen Bildschirm habt. Und sonst könnt ihr ihn hier zu tun, jederzeit wiederholbar. Hier mit einem Klick auf dieses Symbol hier. Wir klicken uns das Auge rein, von der oberen Ebene. Jetzt sehen wir natürlich das wieder farbig, weil jetzt die obere Ebene, die Hintergrundkopie 2, deckt jetzt alles unteren ab. Das müssen wir ändern. Wir klicken einmal in die Hintergrundkopie 2, für dass diese aktiv ist. Und wir wechseln jetzt den Mischmodus von normal auf weiches Licht. Voilà. Wenn ihr schauen wollt, wie es vorher und nachher aussieht, dann drückt ihr Alt auf Mac Alt or Option. Dort habt ihr beides, Alt und Option auf einer Taste. Drückt die Pauten. Dann klickt ihr in das Auge von der Hintergrund-Ebene. Dann klickt ihr alle Ebenen, die darüber sind, ausblendet. Das sieht ihr vorher. Und immer noch mitgedrückt ihr Alt-Taste. Wieder auf das Auge klickt. Dann seht ihr, was wir gemacht haben. Also in sehr kurzer Zeit haben wir das Portrait verändert. Jetzt ist es so, es ist vielleicht noch etwas zu dunkel. Und da gibt es auch einen relativ coolen Move. Wir gehen wieder in die Einstellungsebene. Hier in die oberste Reihe. Hier haben wir die Einstellungsebene Gradationskurve. Dann klicken wir einmal rein. Auch das können wir wieder wegklicken. Das passiert noch nicht sehr viel. Und was jetzt ganz lustig ist, wenn wir den Mischmodus der Einstellungsebene von normal auf negativ multiplizieren stellen, dann ohne dass wir etwas in der Kurve rumschreiben müssen, wird das Bild heller. Und wenn es jetzt ein wenig zu hell ist geworden, können wir immer noch die Deckkraft von dieser Ebene, von dieser Einstellungsebene ein wenig zurücknehmen. Vielleicht etwa so. Ich bestätige das mit Ende. Das wäre es schon gewesen für heute. Ich hoffe, das bringt noch etwas. Probiert das mal aus. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei. Danke für Sie. Magnetische Musik